Dagmar Schmidt ist eine deutsche Historikerin und Politikerin. Leben, die aus einer politischen Familie, die Eltern sind in der SPD. Die Schwester engagiert sich bei der Piratenpartei Deutschland, stammende Dagmar Schmidt wuchs im hessischen Polheimhausen auf. Als Schülerin nahm sie Unterricht in Klavier und drei weiteren Instrumenten. Nach ihrem Abitur an der Liebig-Schule Gießen studierte sie Geschichtswissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Es folgte eine erste Zeit der Arbeit als Abgeordneten, Mitarbeiterin und wissenschaftliche Referentin. Dann die Anstellung als parlamentarische Referentin für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für die SPD-Fraktion im hessischen Landtag. Sie hat einen Sohn und wohnt in Wetzlar-Dutenhofen. Politik Dagmar Schmidt wurde im Alter von 16 Jahren Mitglied der SPD. Hier engagierte sie sich haupt, aber vor allem ehrenamtlich. Als Mitglied des Ortsbeirats in ihrem damaligen Wohnort Gießen-Kleinlinden sowie dem Kreistag des Landkreises Gießen hat sie kommunalpolitische Erfahrung gesammelt und dort vor allem für soziale Fragen engagiert. Im Jahr 2009 kandidierte sie das erste Mal für die SPD im Wahlkreis Lahndil für den Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2013 kandidierte sie im Wahlkreis Lahndil sowie auf Platz 6 der hessischen Landesliste der SPD. Ihr Gelang über die Landesliste der Einzug in den Bundestag. Aktuell gehört sie dem Parteivorstand an.